Für eine Audioaufnahme benötigen Sie eine Aufnahmequelle, z.B. ein Mikrofon oder eine Stereoanlage, und eine Soundkarte. Verbinden Sie die Aufnahmequelle mit dem Eingang Ihrer Soundkarte. Dann klicken Sie auf den Aufnahmebutton unterhalb des Videomonitors. Im Auswahldialog wählen Sie Audio. Vor der Aufnahme sollten Sie die Lautstärke richtig einstellen. Starten Sie die Aufnahmequelle oder sprechen in Ihr Mikrofon. Die Lautstärke können Sie über die Schaltfläche Tonaussteuerung verändern. Starten Sie die Aufnahme mit dem roten Aufnahmebutton. Beenden Sie die Aufnahme über den Stop-Button. Nach der Aufnahme werden Sie gefragt, ob die Aufnahme verwendet werden soll. Starten Sie die Aufnahme bitte. Standes